So, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie man mit Akiba Backups wieder zurückspielen kann. Und als erstes gucken wir uns da einmal den Weg an. Wir gehen also über das Backend, über die Komponente Akiba Backup und gehen in den Bereich Manage Backups. Und hier haben wir jetzt die aktuell erstellten Backups, könnten jetzt eins davon anhaken und hier oben tatsächlich auf Restore drücken, damit er das Ganze wieder zurückspielt. Ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das nur in der Pro Version ist, ich meine schon. Aber das ist für mich auch gerade nicht der relevante, interessante Weg. Also ich denke mal, wenn ihr hier so weit noch kommt, dass ihr ins Backend noch kommt und hier so ein Backup wieder zurückspielen könnt, dann gibt es da gar nicht so viel zu erklären. Hakt das Backup, andrückt auf Restore und der Rest läuft von ganz alleine. Also das wäre jetzt letzten Endes nicht wirklich ein Video wert. Interessanter sind die Sachen, wenn wir uns jetzt hier halt eben so eine ZIP oder so eine JPA-Datei runtergeladen haben. Und damit ich mir nicht die aktuelle Installation so ein bisschen zerbimmel, habe ich hier tatsächlich mal mir zwei Testinstallationen gemacht. Einmal Joomla Backup 1, da liegt diese JPA drin. Und Joomla Backend 2, da liegt die ZIP drin. Und die beiden habe ich quasi lokal eingerichtet über MAMP. Das heißt also, hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche Sachen, wo wir was hin installieren können. Und wir rufen jetzt erstmal die erste auf und das ist diese JPA. Und das funktioniert halt tatsächlich nur, wenn wir dazu passend eben auch diese Kickstart-Datei herunterladen, von der ich in dem davorigen Video gesprochen habe. Die kriegt ihr hier auch auf der Akiva-Seite. Akiva.com. Wenn wir dann jetzt da quasi nochmal auf Download gehen. Und wir gucken jetzt hier mal Akiva Backup, SoCore. Und dann haben wir hier schon für Joomla, ach das ist für Joomla 3, wir wollen für Joomla 4. Und hier unten drunter gibt es dann den Link Akiva Kickstart. Das laden wir uns einmal runter, die Pro-Version in dem Fall. So und ich gehe jetzt auch einfach hin, ziehe das mal eben einfach hier tatsächlich, wir befinden uns auf dem Mac, ups. Dann machen wir es über das andere Fenster. So ich ziehe das mal eben einfach rüber in das entsprechende Verzeichnis auf dem Mac. So um Windows sollte das relativ ähnlich oder analog dazu funktionieren, also kein großes Hexenwerk. Ihr seht, jetzt haben wir da diese Kickstart-Zip-Datei, die entpacken wir mal eben. Drücken da drauf. So und das was für uns relevant sind, sind ja tatsächlich eigentlich nur diese beiden Dateien. Diese Sprachdatei, die uns so ein bisschen durch den Installationsvorgang führt. Da gibt es anscheinend gerade noch keine deutsche oder was, ich weiß es nicht. Und diese Kickstart-PHP, die beiden brauchen wir und die ziehen wir jetzt quasi ins Root-Verzeichnis. Also auf die selbe Ebene, wo derzeit schon unsere Joomla-Installation liegt. Und auch hier diese Index-PHP. Das ist übrigens eine Sache, die kam, glaube ich, durch das Einrichten von dem MAMP mit dazu. Genau, die brauchen wir nicht. Die kann eigentlich weg. Die ist überflüssig. Die fliegt später sowieso weg. So und jetzt haben wir hier also drin einmal diese Kickstart-INI. Wir haben diese Kickstart-INI, diese Kickstart-PHP und auf demselben Level diese JPA-Datei. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das wäre jetzt vergleichbar mit eurem Verzeichnis auf dem Server. Also wo ihr das jetzt irgendwo liegen habt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, bei mir ist das jetzt einfach erstmal eine lokale Installation, um tatsächlich lokal das Wiederherstellen eines Backups zu testen. Und aufrufen kann ich das Ganze lokal, indem ich die URL aufrufe, J4-Backup-Test. Ach, Backup-1 ist das, glaube ich. Und dann muss ich noch die Kickstart-PHP aufrufen. Und wenn ich jetzt Enter drücke, oh, insecure backup detected, äh, secure setup detected. Ah, okay, alles klar. Das heißt, wir sollen jetzt also hier das umbenennen, weil das ein aus Sicherheitsdinger ist. Dann nennen wir das jetzt mal backup restore. Das heißt, wir sollen jetzt einfach nur den Dateinamen erstmal hier umbenennen. Alles klar, das haben wir gemacht. Und jetzt landen wir tatsächlich in diesem Installation-Wizard, der uns von Akiba gegeben wird. Also ihr könnt euch das hier durchlesen, müsst ihr aber nicht. Wir klicken das in diesem Fall jetzt weg. Das sind so ein paar Hinweise und Warnings, die werden, ihr kennt das, die werden erst dann interessant, wenn es irgendwann nicht läuft. Also drücken wir mal eben Escape. Wir sehen jetzt hier erstmal die Auswahl, wo wir uns befinden und welches Backup-Archiv der benutzen soll. Also ihr könnt hier tatsächlich auch mehrere JPAs liegen haben. Wir haben jetzt nur das eine. Und hier gibt es jetzt noch verschiedene Optionen, die man sich angucken und einstellen kann. Aber auch hier, das Ganze wird dann erst interessant, wenn es eben nicht mehr läuft. Also in unserem Fall machen wir es uns ganz einfach. Wir scrollen bis ganz nach unten und drücken ganz simpel einfach Start. So, dann braucht ihr einen kleinen Augenblick und der entpackt jetzt eben als allererstes einmal die Dateien. Ich glaube, da können wir sogar so ein bisschen zugucken. Ihr seht jetzt, zack, hier sind wir jetzt quasi auf eurem fiktiven Server, beziehungsweise hier bei mir lokal. Der entpackt jetzt hier alles das, was zu dem Joomla-Zeug dazu gehört. Hier auch so ein Installation-Verzeichnis, was wir gleich dann nochmal brauchen werden. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. So, und dann sollten wir gleich relativ zeitnah einen kompletten Spiegel unserer Domain haben. So, jetzt werden wir aufgefordert, den Installer laufen zu lassen. Das machen wir auch, zack. Jetzt läuft er da durch, testet hier mal eben kurz was. Hier ist teilweise ganz interessant, hier können wir mal kurz gucken. Zwischendurch weist euch das eventuell beim Wiederherstellen schon mal auf potenzielle Fehler hin. Das kann zum Beispiel dann mal passieren oder relevant sein, wenn ihr tatsächlich lokal entwickelt habt und Akiba jetzt nutzt, um eure entwickelte Seite auf den Server beim Kunden zu spielen. Dann kann es Sinn machen, hier mal nachzugucken und in Absprache gegebenenfalls mit eurem Hosting-Anbieter die entsprechenden Settings herzustellen, sodass hier alles grün wird. Bei uns ist jetzt glücklicherweise alles grün. Wir drücken also einfach hier oben auf Next. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir eben unsere Datenbank-Credentials eingeben müssen. In meinem Fall ist der Hostname wieder Localhost. Der Username ist in diesem Fall Root, weil ich bin jetzt lokal. Das Passwort habe ich da auch lokal mal eben einfach ganz simpel Root gemacht. Da sollte da nichts ändern. Und die Datenbank heißt also ganz schlicht J4-Backup1. Jetzt gehen wir weiter. Jawohl. Datenbank wurde erfolgreich wieder hergestellt. Zack. Jetzt gehen wir zum nächsten Step. Da können wir jetzt theoretisch gesehen nochmal, wenn wir grundsätzliche Daten von der Seitenkonfiguration hier nochmal ändern wollen, könnten wir jetzt hier nochmal was ändern. Vielleicht nochmal einen anderen Site-Parameter. Wir könnten hier gegebenenfalls einen anderen Super-User eintragen. Üblicherweise wollen wir ja aber eigentlich sehr wahrscheinlich entweder unsere Seite retten oder einen Klon einer Seite rüberspielen. Also ändern wir hier meistens nichts. Drücken also einmal auf Next. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Und jetzt sagt er uns, dass wir dieses Fenster hier schließen sollen. Und hier in dem nächsten Fenster jetzt den Aufräumen-Button drücken sollen. Dadurch verschwindet dann später hier dieses Installation-Verzeichnis. Wenn wir das jetzt nicht löschen, landen wir quasi immer in so einer Endlosschleife von dieser Installation. Wir drücken jetzt also einmal hier auf Clean up. Jawohl. Jetzt hat er alles runtergeschmissen. Und jetzt drücken wir einmal Visit Your Sites Frontend. Und sollten jetzt eigentlich sehen, jawohl, alles klar, wir haben unsere Seite zurückgespielt mit all den Inhalten, die wir hier hatten. Und wir haben das Ganze jetzt hier eben auf einer lokalen Testinstallation. Wunderbar, hat alles geklappt. So, das wäre quasi das erste Mal zurückspielen. Jetzt mit einer JPA-Datei. Und jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß nochmal eben an mit einer ZIP-Datei. Also ich habe ja, wie gesagt, gerade auch nochmal ein Backup mit einer ZIP-Datei gemacht. Und in dem Fall, wenn wir so eine ZIP-Datei haben, ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, brauchen wir tatsächlich die Kickstart-Klamotte noch nicht. Wir drücken jetzt einfach hier drauf auf den Mac, also Doppelklick, um das Ganze mal hier eben schnell zu entpacken. Oh, der Pfiff war jetzt, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv. Egal. So, jetzt gehen wir einmal hin und sorgen erstmal dafür, weil der hat jetzt beim Entpacken hier auf dem Mac direkt erstmal so einen Ordner erzeugt. Also ich sorge jetzt erstmal dafür, das Ganze soll jetzt in dem Root-Verzeichnis quasi liegen. Und jetzt lösche ich dieses entstandene Verzeichnis und ich glaube, ich lösche jetzt auch direkt mal die ZIP-Datei. Und ihr seht, hier ist schon so ein Installation-Verzeichnis drin. Das heißt, also ich gehe davon aus, dass wir jetzt beim zweiten Backup eigentlich die Kickstart-Datei noch nicht mal brauchen. Wir gehen jetzt einfach mal hier oben hin und ändern das hier oben in Backup 2. Drei, Test, drücken einmal Enter. Oh, alles klar. Okay, das will auch nicht. Dann machen wir mal eben so. Okay, das heißt also, hier müssen wir anscheinend jetzt erstmal nur Installation hinterhängen, wenn wir die ZIP da entpackt haben. Das heißt also, die Kickstart-Datei braucht dabei so eine JPA-Datei vor allem dafür, um das Ganze zu entpacken. Ich meine, es gab bei den JPA-Dateien auch noch irgendeinen Vorteil. Aber für mich waren jetzt zuletzt halt diese Arbeit mit den ZIP-Dateien, das ging meistens beim Zurückspielen eben auf die Schnelle mal schneller. Und ich wollte deshalb das trotzdem hier mal darlegen. So, ihr seht, wir landen quasi im selben Screen, wo wir gerade auch schon mal waren. Da tut sich jetzt nicht viel, was wir jetzt durch die ZIP-Datei halt eben dann übersprungen haben. War halt letztlich eigentlich nur das Entpacken der Dateien. Also, ich habe hier noch eine zweite Datenbank eingerichtet, lokal, zack, einmal rüber, Datenbank wurde wieder hergestellt. Wir kennen das ganze Prozedere jetzt hier ja letzten Endes schon. Wir gehen jetzt hier noch einmal auf Next, sagen, schmeiß das Installation-Verzeichnis weg. So, ach krass, jetzt war das hier nochmal ein bisschen, ah, okay, ein etwas anderes Bildchen. Jetzt visit your sites frontend und, ja, ihr seht, im Endeffekt sind die Wege relativ ähnlich. Und das ist tatsächlich, wie gesagt, diese beiden Wege, also ob jetzt mit einer ZIP oder mit einer JPA-Datei, das sind sehr wahrscheinlich die meistgenutzten Wege. Tatsächlich ist das mit so einer ZIP-Datei nur dann auch wirklich praktikabel, wenn ihr irgendwie die ZIP-Datei komplett als ZIP hochladen könnt und auf eurem Server irgendwie mit so einer anderen Datei entpacken könnt. Ansonsten sind wir wieder an derselben Stelle, dass ihr sonst erstmal wieder die ZIP bei euch lokal entpacken würdet und dann alles hochladen würdet. Das ist, glaube ich, relativ sinnfrei. Dann macht halt der Weg über die JPA-Datei mehr Sinn. Aber wenn ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt, ZIP-Dateien auf eurem Server zu entpacken, dann könnt ihr natürlich auch diesen ZIP-Weg wählen. Und ich benutze den halt eben auch gerne, wenn ich zum Beispiel mit PHP-Storm arbeite und mir so auf die Schnelle mal eben alle Files runterzuholen, ohne das extra vorher alles synken zu müssen oder so. Ja, das war es jetzt erstmal mit einem Backup via Akiba. Wir schließen tatsächlich dann jetzt auch unsere Grundlagenserie mit Kapitel 1 und der Erstellung eines konventionellen Backups. Und das gucken wir uns jetzt als nächstes noch einmal an. Wir schauen jetzt an. Untertitelung des ZDF, 2020